Hallihallo! Schön, dass du da bist. In diesem Video heute besprechen wir die Pronominaladverbien, mit denen du Fragen bilden kannst. Bleib dabei! In der deutschen Sprache gibt es Verben, die immer mit bestimmten Präpositionen genutzt werden. Zum Beispiel denken an, gratulieren zu, suchen nach und so weiter. Das bedeutet, man muss diese Verben immer mit diesen Präpositionen auswendig lernen. Wo kannst du sie finden? Überall im Internet gibt es solche Listen mit diesen Verben, die du für dich herunterladen kannst. Wichtig ist aber zu wissen, wie man Fragen zu solchen Verben stellt und das wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Hier ist ein Beispielsatz. Ich suche nach meinem Schlüssel. Schlüssel kennst du? Zum Beispiel von meiner Wohnung. Hier sehen wir ein Verb suchen, das immer in der deutschen Sprache mit der Präposition nachgenutzt wird. Und jetzt möchtest du eine Frage zu diesem Satz stellen. Zum Beispiel weißt du nicht, was diese Person sucht und du möchtest diese Person fragen. Dafür brauchst du zuerst das Fragewort wo. Danach kommt immer die Präposition, die mit dem Verb, das in deiner Frage kommen wird, genutzt wird. In dem Fall nach. Wonach? Danach kommt natürlich das Verb, in unserem Fall suchst und dann das Subjekt, du. Wonach suchst du? Das heißt nochmal, du brauchst immer das Fragewort wo plus die Präposition, die im mit deinem Verb genutzt wird. In dem Fall nach. Das schreibst du zusammen. Das habe ich einfach für dich jetzt mit plus geschrieben. Plus das Verb selbst mit einer bestimmten Endung und plus das Subjekt. Jetzt nehmen wir noch ein Beispiel. Ich denke an meine Prüfung. Ja, hier sehen wir wieder ein Verb denken, das immer mit einer Präposition an genutzt wird. Und jetzt möchtest du eine Frage dazu stellen, weil du nicht weißt, woran diese Person jetzt denkt. Dafür brauchst du wieder das Fragewort wo. Plus in dem Fall brauchst du er. Plus genau die Präposition, die in deinem Satz, also mit diesem Verb immer genutzt wird. Also an. Woran. Das schreibt man zusammen. Natürlich dein Verb denkst und plus das Subjekt. Du. Woran denkst du? Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, hä, wieso brauche ich hier nur wo und hier brauche ich wo plus er. Das ist aber relativ leicht zu merken. Wenn deine Präposition mit einem Vokal beginnt. Ein Vokal ist alles was du ziehen kannst. A, O, U, Ü und so weiter. Das sind Vokale. Und wenn deine Präposition wie hier mit einem Vokal beginnt, dann brauchst du immer er. Zum Beispiel woran, worüber. Ja, genau. Weil das sonst relativ schwer wäre, das auszusprechen. Woran. Das nicht. Nur woran. Ja. Wenn deine Präposition aber mit einem Konsonanten beginnt. Zum Beispiel N, V, M. Also mit allen Konsonanten wie hier auch. Ja. Dann brauchst du kein R mehr. Dann brauchst du nur das Fragewort wo und die Präposition. Weil das auch so leicht auszusprechen ist. Wonach. So bildest du Fragen, wenn du über Sachen sprichst. Zum Beispiel Schlüssel, Prüfung oder irgendwas anderes. Wenn du aber über Personen oder etwas lebendiges sprichst, dann ist das anders. Und jetzt ein neues Beispiel. Ich suche nach meinem Sohn. Im Vergleich zu diesem Satz suchen wir nicht mehr nach einer Sache, sondern nach einer Person. Also der Sohn. Ja. Genau. Und in diesem Satz oder zu diesem Satz möchtest du jetzt eine Frage stellen. Genau. Dafür brauchst du sofort deine Präposition, die immer mit diesem Verb genutzt wird. Also nach. Danach brauchst du das Fragewort wer. Wer. Ja. Also der Sohn ist wer. Aber dieses wer soll im Fall stehen, der immer nach dieser Präposition kommt. Also Dativ, Nominativ, Akkusativ. Im Fall, der immer nach nach kommt. Also hier ist das Dativ. Deswegen nach wem. Danach kommt dein Verb. Also suchst. Und danach kommt schon das Subjekt. Nach wem suchst du? So kannst du dir den Unterschied merken. Das schreiben wir nicht zusammen natürlich. Aber ich habe das für dich jetzt gemacht, damit es für dich klarer ist. Hier geht es um eine Sache. Schlüssel ist eine Sache. Deswegen wonach. Hier sprechen wir über eine Person. Und deswegen können wir das nicht mehr so machen. Sondern wir beginnen mit einer Präposition sofort, die hier mit diesem Verb immer genutzt wird. Danach kommt das Fragewort wer im richtigen Fall. Also hier brauchen wir Dativ von wer. Das ist wem. Danach kommt natürlich das Verb und das Subjekt. Und nun wollen wir gemeinsam ein bisschen üben. Hier ist ein Satz für dich. Ich achte auf meine Gesundheit. Das bedeutet, ich schätze meine Gesundheit. Mehr ist meiner Gesundheit wichtig. Ja und jetzt möchte ich, dass du eine Frage zu diesem Satz stellst. Überlege dir kurz. Genau und jetzt wollen wir das gemeinsam tun. Hier hast du ein Verb achten. Dieses Verb wird immer mit einer festen Präposition aufgenutzt. Ja und nun, wie stellst du eine Frage? Zunächst musst du wissen, ob es in diesem Satz um eine Sache oder um etwas Lebendiges oder eine Person geht. Gesundheit, ist es etwas Lebendiges oder nicht? Natürlich nicht. Deswegen muss deine Frage mit dem Fragewort wo, wie wir schon gesagt haben, beginnen. Danach kommt immer die Präposition, wie wir gesagt haben. Aber du musst zuerst überlegen, beginnt meine Präposition mit einem Vokal, zum Beispiel O, U, A oder mit einem Konsonanten K, N, M, V. Das ist ein Vokal, deswegen kommt danach natürlich an ein R, wie wir gesagt haben, ja, weil zwei Vokale nicht zusammenstehen können. Deswegen ist das worauf. Danach kommt natürlich dein Verb und dann das Subjekt. Und noch ein Satz. Ich warte auf meine Mutter. Hier sehen wir wieder ein Verb warten, das immer mit der festen Präposition aufgenutzt wird. Warten auf etwas oder jemanden. Wenn du eine Frage stellen möchtest, musst du wieder sicher sein, ob wir hier über eine Person oder eine Sache sprechen. Mutter ist natürlich eine Person. Deswegen muss deine Frage mit der Präposition selbst beginnen, also auf. Danach, wie ich dir gesagt habe, kommt immer das Fragewort wer im Fall, zum Beispiel Dativ oder Akkusativ oder Nominativ, der nach dieser Präposition genutzt wird. Also nach auf kommt immer Akkusativ, deswegen auf wen, auf wen wartest du? Und jetzt kannst du vergleichen. Hier haben wir über eine Sache gesprochen, deswegen war es worauf plus er, weil das hier Vokal ist und hier haben wir über eine Person gesprochen und deswegen beginnen wir mit einer Präposition auf, wen und dann alles andere. Also, wenn dieses Video dir geholfen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal unterstützt und abonnierst. Wenn du immer noch Fragen zu diesem Thema hast, dann kannst du die gerne in die Kommentare schreiben und ich werde mich natürlich bemühen, dir zu helfen und deine Fragen zu beantworten. Für jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche dir, wie immer, ganz viel Erfolg beim weiteren Deutsch lernen und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!